Wenn heute der 5. März immer ranrückt, dann werde ich eigentlich immer ein bisschen unruhig. Wenn am 5. März die Glocken leuten, dann ist das für mich wie so ein Déjà-vu. Das kannst du nicht vergessen. Es gab schon in anderen Städten Bombenangriffe. Du weißt nur, wir kommen alle dran. An dem 5. März war auch mittags schon ein Angriff. Wir hatten dann gedacht, eigentlich für den Tag war es das. Der Angriff war hinter uns, bis dann am späten Abend die Sirenen wieder heulten. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Da sind wir eben alle mit dem Rucksack und ich hatte meinen Teddy da hinten drin. Und da sind wir alle in den Keller. Und schon hörte man die Bomber kommen. Dann ging der Angriff los und es wurde immer, immer, immer schlimmer. Die Leutschen wollen sich zu uns retten und wir wollten uns zu denen retten. Links wie rechts. Keiner kam vorwärts, keiner kriegte mehr Atem. Alle hoch, die Treppen hoch und die Kellertür war zu. Irgendwann sagt dann einer, wir müssen ja raus. Und nun wollen wir es mal draußen, wohin? Jemand sagte, euer Haus brennt auch, brach doch gar nicht hingehen. Wir sind kopflos durch die Gegend gerannt. Wissen Sie, wohin wir gegangen sind? Unter eine Brücke. Die standen ja hausend im Verein, aber die Bomben fielen ja noch. Und erleben sie das mal als neunjähriger Junge. Dass um sie herum die Bomben fallen. Und sie wissen nicht, wo sie für Angst sind, wenn sie hin sollen. Dann sind wir über den Borna Berg. Das ist ein ganz schöner Buckel, würde ich mal so sagen. Und oben auf der Spitze, da haben wir dann gesehen, wie Chemnitz gebrannt hat. Das war ja ein Flammenmeer. Zeitlich und geschichtlich gesehen ist es vorüber. Aber für viele Menschen geht es nie vorüber. Zeitlich und Schätkung Zeitlich und Schöpfel